Oh boy, Operation Void Edge, TDS, das allererste Mal. Herrlich. Also, da haben wir einmal Iana und einmal den Oryx. Bruder, muss los. Operation Void Edge. Meine alle, erste Runde. Auf Haus, natürlich Bruder. Oh, ich habe Iana bekommen. Geil. Gehen wir mit der ARX und Reflex. Let's try it out. Hier ist niemand. Ach, die war da hinten. Ach, warum chillt man da in der Ecke? Gehen wir mit der ARX und Reflex. Gehen wir mit der ARX und Reflex. Damit, das ist jetzt schon klar. Eigentlich, das können wir schon mal probieren. So, also, eine Fähigkeit, ladies and gentlemen. Ich kann geradeaus durch Wände laufen. Gehen wir noch einmal. Die Hand ist aufgehoben. Die andere Fähigkeit, die ich habe, ist, ich kann über Hedges climben. So, einmal draufklicken. Dann kann ich links rechts gucken. Nochmal auf Leertaste, dann bin ich oben. Dann bringe ich zum nächsten Hedge. Drück da nochmal auf Leertaste. Ich muss den Hedge aber anschauen. Dann kann ich den Move machen. Dann kann ich hier auch hochklettern. Easy. Ach nein, Oryx. In welche Richtung? Oh nein. Oh nein. Ich wollte in die andere Seite springen, aber ich habe gepanickt. Hm. Da ist ein Froststrap. Hier ist ein Eckes. Ich habe die Eckes. Ich habe die Eckes. Also, das ist auch das. Ich habe die Eckes. ja versuchen zu naden das fand ich so schlau ich habe ja noch eine Drohne wo war er nade? Gemini ist cooler wo ist er drin? oh nein ich wollte gerade noch mal scouten er ist gar nicht mehr so verkehrt also ist anders gewöhnungsbedürftig aber cool und wir sind sogar MVP boy look at this girl Yana Oryx is in my man nehmen wir die Spars und gehen mal roben sie wollen mich kicken dafür dass ich Oryx gepickt habe sehr interessant ich bin mir sicher dass ich geteamt gilt werde ganz sicher ja das war klar das war klar das war einfach klar ganz entspannt gehen wir nach unten hin also wenn die mich hier hindenken dann habe ich das Problem ich hoffe nicht ich hoffe nicht ich hoffe nicht ich hoffe nicht keine Chance warum springt eine runter? das macht gar keinen Sinn hi oh ein shot dass ich im gemacht zu sie schreien auf fange schreien 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 nicht schreien nicht nicht .. es ist nicht Einmal, einmal Er ist in Genital Er ist in der Seite Ich habe ihn Ich habe ihn Ich habe ihn Ich habe ihn Warum ist er für mich? Ich habe ihn 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 Oh, von der Hedge Ich habe ihn Ich habe ihn Ich habe ihn Ich habe ihn Er hat ihn Ich habe ihn Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich? Watcha, Koby! Nevermind. Er kam close! Kür war links im nächsten Objektiv.